Machen wir gleich hier so eine neue Folge. Ich erinnere mich ein bisschen an Shinbodokai 2, als ich auf der PSP gespielt habe. Da war auch irgendwie diese Sturie. Das war so diese Future Trunks Geschichte und da wurden halt irgendwie lauter Klone von den ganzen Z-Campern erschaffen und von den Gegnern, damit man halt da irgendwie nochmal gegen alle kämpfen kann, so, ja. Und natürlich gab es Buu. Oh. 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 Ich habe ihn ausgesprochen. In anderen Worten, der alten Goku sollte bald zurückgehen. Na klar, wir haben nichts zu verlieren. Ha! Hey, I'm back in the outside world! Awesome! Oh, right! It worked! Wait, something's not right. My body, it feels all heavy and weak. I knew it. I'm as weak as a kitten. I won't be fighting like this, that's for sure. Man. The Wave Neutralizer still has some kinks. I guess it'll be a while until we can restore your strength. Or maybe we could skip all that and use the Dragon Balls to fix this whole mess. You can do that, right, Bulma? No, can't do. The Dragon Balls are stone, remember? They might as well be bowling balls. Oh, right. I totally forgot about that. You forgot, huh? I guess you really are, Goku. Anyway, Soul Inside Goku, were you listening? I trust you got all that. Until we can restore the real Goku's power, we're going to need you on battle duty. Okay, time for us to go find 16 and save our friends. Hey, I feel something. It's faint, but is that someone's power? Yeah, it is. I'm sure of it. Krillin! Come on! We gotta save him! Okay. Dann retten wir mal Krillin, ne? Oh. Das sind aber eine Menge Dudes jetzt. Siehst du, äh, ein Charakter-Rettungsfeld. Besiege deinen, äh, den Gegner auf diesem Feld, um einen Freund zu retten, damit dieser dem Kampf helfen kann. Du kannst bis zu drei Kämpfern in einen Kampf ziehen. Ein Kampf-Tutorial-Feld. Wie kannst du Kampf-Tutorials abschließen und die Grundlagen des Kampfes erlernen? Okay. Siege alle Gegner auf der Karte, um eine Fertigkeit oder einen K.O.-Bonus zu erhalten. Du kannst bis zu drei Fertigkeiten gleichzeitig ausrüsten, die alle dein ganzes Team verstärken. Okay. K.O.-Boni erhöhen die Menge Erfahrung, Senni oder Gesundheit, die du nach dem Sieg über einen Gegner erhältst. Fertigkeiten und K.O.-Boni können unter Team bearbeiten. Spielerfertigkeit geändert werden. Drei Karte. Gehen wir erstmal da rein. Das wäre, glaube ich, mal gegen Yamcha. Das müsste ich nicht so krass sein. Are you ready? Zwei Mal steht einander, um einen Schritt zurückzumachen. Sprint in der Energie dran. Drück zwei Mal, ja, das haben wir schon. How about this one? Destructive finish. Ich will jetzt aber mal in den richtigen Kampf, wo sich der Dude auch wehrt. Wir ballern jetzt auf jeden Fall erstmal Piccolo weg. Im Vulkan. Oh, Angriffstärke erhöht. Ich will gerade schon sagen, Peiko Han, aber das ist Piccolo. Are you an M-Bäckchen? Äh, wenn ich von einem Gegner mit einem Schritt zurück... Äh, wenn du B einen Eingriff ausgeführt hast, drückst du nochmal B um einen Folgeeingriff auszuspielen. Drücke XYB um einen Kombo auszuführen, okay. Drücke XYB um eine Z-Kombo auszuführen und sie mit einer Kick-Klose abdichtigen, okay. Wiege dein Gegner. Schade, es war kein... War kein Zerstörungsfinisher. Belohnung, Angriffsstärke erhöht sich. Okay, nice. Oh, gegen zwei Gegner. Ich glaube aber nicht, dass die alle gleichzeitig auf dem Feld sind, oder? Nee, die kommen da nacheinander. Oh. Oh, gegen zwei Gegner. Okay, es war schon gar nicht mal so schlecht, ne? Wie sind das Regeneration-Bonus? Stufe 3. Das war auf jeden Fall nicht so spielig, wie ich es mir vorgestellt habe. Machen wir da auch noch mal. Jetzt einfach noch mal Tan-Chin-Han. Einmal ziehen. Den Brozy-Cosy. Oh, das wird mir was ab. Komm mal. Ich weiß gar nicht, ob ich es umgeschalten habe. Eingriffe, das Gegner zu blocken. Dadurch beinfähiger und andere tiefe Eingriffe bist du dann allerdings immer noch verwundbar. So, führe ich zwar mal eine Abwehr in der Hocke. Hier wäre dreimal Eingriffe, das gibt es in Folge ab. Hatte für deine Abwehr aus dem Stand und Abwehr in der Hocke. One more time. Not done yet. Not bad. Das bricht die Abwehr in der Hocke von einem, äh, Drachen-Sprint. Oh. Okay. Die Abwehr in der Hocke von einer Luft, in der Luft mit einem Drachen-Sprint. Drücke RB. Die Abwehr in der Luft. Okay, haben wir wieder ein bisschen was dazugelernt. Verteidigung erhöht sich, Stufe 1. Oh, ich bin mir ein bisschen eingeschlagen in den letzten Fight. Ähm... Team bearbeiten... Oh, Kamehameha, Z-Hilfe, A. Ein Sturm für Tage. Okay, das ist kein Problem. Ich will bloß diese Dingsboni mal... Wo kann ich das denn machen? Wenn die Team bearbeiten ist... In einem stylischen Superangriff. Wie geht denn das? Wie mache ich denn einen Superangriff? Es ist Krillin! Wir haben ihn gefunden! Ist das ein Klon? Nein! Es geht nach Krillin! Ich habe ihn zu retten! Es ist schwer, um deinen Gegner zu retten! Okay. Okay. Äh... Verführung Kamehameha. Drücke mit... A eine... Ach, okay. Nachdem du die... Nach unten gedrückt und dann... Von A um einen Angriff auszuführen. Leider hat sich dann umgekehrt... Ach, what? Ah... Ah... Um einen Key aufzuzahlen. Let's keep going! Let's keep going! Let's keep going! And call me surprise! Okay. Verführst du einen versteckten... Spezial-Move. Ab dem du... Ab dem du... Die Folge von B um einen Angriff auszuführen. Denk daran, dass die Stirn umgekehrt wird. Okay. Okay. Einen Superangriff. Drücke AB um einen Superangriff auszuführen. Uhhh! How about this one? You're top! You're top! You're top! There's more! Ups, ich war dir da auch am Schlag? Okay. You're top! You're top! You're top! You're top! You're top! noch mal drücke nach unten die volk von ab um einen eingriff auszuführen wirkt schon ein bisschen schwierig muss ich sagen also ein bisschen gewöhnungsbedürftig ok Krillin ist in Kiba, zur Zauberl abgeschlossen ein bisschen mehr Geld erhalten woher am i oh hey there Koku Krillin you finally come round i thought you were a goner uh say where are we is this Bulma's airplane last thing i remember is investigating the origin of the clones but then i got all dizzy let's see nah it's no good i can't recall anything after that so did you save me Koku yeah thanks Koku you never let me down I feel like this is funny no need to thank me it's nothing after all whenever i'm in a pinch who's the guy who's always there to throw me a senzu bean well sometimes i think i'd rather be the one eating them though so who did this to me i can't remember a thing a lot's gone on krillin and not much of it good now where to begin i told you a lot happened yeah i never would have imagined look i'm glad android 16 is alive but i just wish he wasn't our enemy not our friend anyway i've decided i want to help out and i kind of want to find out what 16 was really up to so i'm gonna fight too if that's okay with you goku sure fine by me you forgetting something haven't you guys like lost your power oh yeah i guess it must have slipped my mind i imagine a little more training might restore some of my power but i would still be in no state to fight by myself huh wait a minute so does this mean i can't fight either hmm i might just have an idea but we need that soul inside goku to agree what do you say do you think you can move from goku over to krillin what so whatever's inside goku is gonna link with me krillin both of you close your eyes and take a deep breath okay okay now it's your turn try moving to krillin whoa so are you like out of my body now there's a stranger inside my body it worked you changed who you're linked with now everybody can fight yeah so does that mean when krillin's out there fighting i have to just wait on the sidelines and not do anything yeah if only one link can exist at a time then i guess so but if we can get more people to join us it'll relieve some of the strain on goku well we can't just rely on goku all the time now can we hmm i guess i don't mind it's not like i was really doing the fighting myself any i'll just have to make do with some image training that is until i get the chance to fight again only you would think of that goku so anyway i guess we'll all have to work together from now on yeah 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 okay you hold back every battle health back health care who have fought a little health care 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 so so that's it and okay so that's it okay we'll do it here Kartenbildschirm und den Pausen, wo du zugreifen kannst, dein Team hinzu. Nice. Kapitel 4, Karte. Dann mit Trunks. Dann mit Goku und Trunks. Die sind halt Schufe 2. Aber das riecht mir auf jeden Fall nach einer neuen Folge.